So, und weiter geht's. Ja, ich bekomme jetzt Zeugnisse, ob ich das gehasst habe damals in der Schule, immer Zeugnisse zu bekommen, weil die nie so berauschend waren. Aber ich freue mich auf das Schulfest. Der ist so arm dran, dass er nur noch flüstern darf. Wer ist das da? Kenne ich nicht. Zurückhaltung ist auch eine Tugend. Ja, wohl wahr. Ist manchmal sogar besser. Ein bisschen Ruhe schadet nie. Was ist das eigentlich für ein Hampelmann da? Sie sind der erste Seed mit einer Gunblade. Oh, ich darf mich geehrt fühlen. Ich fühle mich geehrt. Hiermit ist die Zeremonie beendet. Wegtreten. Ja, die war natürlich sehr feierlich. Man kann auch mit Direktor Seed Karten spielen. Ach ja, Squall, ich gebe Ihnen das hier. Das ist ein Kampfzähler. Ja, damit kann man, äh, werden einfach ein paar, äh, Kampfstatistiken kann man damit aufrufen. Also wie oft man gekämpft hat, wie viele Kämpfe man gewonnen hat und solche Scherzchen halt. Ab jetzt werdet ihr öfters mit GF arbeiten. Ignoriert diesbezüglich jegliche Kritik von außen. Na gut. Die Zeremonie ist beendet. Auch wenn es gar keine Zeremonie war. Ah, wir haben bestanden, wir vier. Hey, nach 17 Jahren. Endlich die erhoffte Chance. Hä? Was ist Squall? Auch gar nichts. Was macht ihr beiden hier? Sieht, sieht, sieht! Hey, ja, Squall! So, geht's Klassenzimmer. Hä? Was wir tun sollen? Hast du vergessen, was frischgebackene Seeds machen? Sich bei den Kameraden bedanken. Danach gibt's eine richtig fette Abschlussparty. Oh yeah! Ich liebe Abschlusspartys. Da kann man sich immer so schön hersaufen. Deppdeleppdeleppdeleppdepp. Oh, Cypher erwartet mich schon. Ach, du Schreck. Was kommt denn jetzt? Oh! Oh, sie applaudieren mir. Na, das ist aber mal nett. Selfie. Und Squall denkt sich auch, äh, Idioten. Na, das ist doch mal eine nette Geste von euch. Da lässt es sich doch öfter Seed werden. Ja. Okay, was haben wir da? Mhm, ja, mhm, mhm. Seed Level 6. Okay. Kann natürlich besser sein. Wie gesagt, ich habe, äh, nicht danach gehandelt, ähm, dass ich die meiste Punktzahl erreiche. Das ist auch gar nicht mein, ab meiner Absicht gewesen. Okay. Als Seed bekommen sie regelmäßig einen Soll. Der Betrag richtet sich nach ihrem Seed Level. Das ist wohl richtig. Den kann man natürlich auch eigenständig erhöhen, indem man Seed Tests ablegt. So. Ah, gefunden! Hey, hey, guck mal! Ja, diese Uniformen, die kann man auch bei Dissidia freischalten. Seed-Uniform! Für Squall. Zieh die schnell um! Da soll eine Fete stattfinden! Na, auf die Fete freue ich mich ja schon. Das heißt, ich werde mich jetzt umziehen und dann werde ich diese Side... äh, Side-Quest, diese Filmsequenz wohl auch noch in dieses Video bekommen, dass ich ein bisschen weiterkomme mit diesem Spiel. Genau, das ist diese Uniform, die man da freischalten kann auch. Beziehungsweise, ja, kaufen kann. Okay! Hey, steht hier super! Also, auf zur Fete! Oh, Mann! Selfie! Die Musik ist lustig im Hintergrund, ne? Und Squall. Squall, der steht da wie so... Keine Ahnung. Wie bestell du nicht Abgeholt, ey? Die Musik ist lustig im Hintergrund, ne? Die Musik ist lustig im Hintergrund, ne? Keiner will mit ihm tanzen oder sowas. Ist echt traurig. Hey! Oh, Excel! Yo, Squall! Hey, hey, wir sind jetzt beide Seeds! Sieht wohl so aus. Tja, weiterhin alles Gute. He, 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 he. Ja. Hey, du wirst dich wohl nie ändern. Sieht ihr ähnlich. Bis später. Jo, hau rein. Hey, Excel! Hey, hey! Wie wär's mit einem Posten im Schulfestkomitee? Oh, mir fällt da gerade was Wichtiges ein. Bis dann! Buh! He, he, he. Hey, Squall! Oh, Selfie. Willst du dich das Schulfest mit organisieren? Nur ab und zu mal? Was ist? Warum nicht? Wenn's unbedingt sein muss, warum nicht? Hm, echt? Juhu! Wir werden viel um die Ohren haben. Als Seeds und als Organisatoren. Bis dann! Jo, hau rein. Nö, nö. Yeah, Filmsequenz. Oh, eine Sternschnuppe. Och, Squall. Du bist so ein Langweiler. Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Na? Ja, 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 ja. Sie traut sich auf Squall zuzugehen. Mutig, mutig. Kleines Mädchen. Du siehst am coolsten aus. Ach, ja? Hey, magst du mit mir tanzen? Der hebt sein Glas an die Stirn. Du bist wohl einer von denen, die nur tanzen, wenn ihnen dein Mädchen richtig gut gefällt. Du wirst mich mögen. Mich mögen. Immer noch nicht? Anscheinend nicht. Ich kann nicht tanzen. Wird schon schief gehen. Ich suche nämlich jemanden. Aber alleine kann ich doch schlecht auf die Tanzfläche. Ach, ja. Squall beim Walzer. Das, das, die, 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 die Katzin ist cool. Squall, der stellt sich so doof an. Ich kann mich da immer kaputt lachen, ey. Ach, du Scheiße. Der Typ kann überhaupt nichts, ey. Jetzt will er gehen. Oh, 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 oh. Ja. Ja. Ja, wird doch langsam. Ja. Ah. Pass doch auf, wo du hintrittst. Du Sau. Ach, die Musik ist toll. Na, siehste. Geht doch. Ach, wie süß. Ist das nicht romantisch? Ja, Squall. Oh. Oh, wo geht sie denn jetzt? Oh. Da, in diesem Bild, da erinnert mich Squall immer an diesen Hauptkarra von Castlevania. Immer, ich weiß nicht, von der Uniform her und irgendwie. Aber gut. Oh, jetzt hat sie dich alleine gelassen, Squally-Boy. Du bist echt ein Genie. Volle Punktzahl fürs Tanzen. Squalls Gesicht, ey. Einfach geil. Danke für die Blumen. Er redet nicht so viel, bitte. Nicht so viel, Squall. Wird sowas von mir? Mit einem fremden Mädchen tanzt du, aber mit mir willst du nicht mal reden? Ja, aber wirklich. Quistis, du bist zu hässlich. Nicht wirklich. Du bist hier die Ausbilderin und ich dein Schüler. Kein gutes Gefühl, wenn der Ausbilder daneben steht und schweigt. Sie kontrolliert dich, Junge. Hm. Du hast recht. Hätte ich fast vergessen. Glaubst du auch, dass ich als Ausbilder ungeeignet bin? Ja. Hier ist ein neuer Einsatzbefehl. Echt? Du wirst mich gleich zum geheimen Ort begleiten. Der Ort, an dem sich die Schüler nach der Ausgangssperre treffen. Es ist gleich hinter der Übungshalle. Was machen wir dort? Sollen wir die Schüler auffordern, in ihre Räume zurückzukehren? Ich habe keine Lust auf sowas. Ist wohl Sache des Ordnungsdienstes. Seife und seine Gang. Ohohohohoho. Sie kriegt sich nicht mehr ein. In zivil am Eingang der Übungshalle sammeln. Das ist mein letzter Befehl. Ja, das wird wohl ein Date, was? Ach so, kann ich gehen? Kann ich Kartenspielen mit dir? Nö. Noch Fragen? Nein. Ach ja. Ja, 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 bla 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 bla. Quistis, du alte Sau. Du willst mich doch nur verführen. In zivil in die Übungshalle. Was für eine Vision ist das? Das wirst du gleich noch sehen. So, jetzt ziehen wir uns geschwind, geschwind um. Obwohl ich die Uniform cool finde. Warum lassen wir sie nicht einfach an? Aber gut. Das große Kleidung ist auch nett. Er erinnert mich immer an so einen Biker. So einen Hard Rocker. Heavy Metal Freaks. So wie ich. Speichern wir. Ja, wir speichern. Ja, mhm, ja, mhm, mhm. Steckplatz 1. Und dann werde ich an dieser Stelle einen Cut machen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Beziehungsweise hören uns das nächste Mal wieder. Bei Final Fantasy 8. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü